Hi Leute, in dem Video heute geht es um Erfolg, wie du erfolgreich lebst. Was meine ich mit Erfolg? Erfolgreich leben. Da liegt die Betonung auf Leben. Und wenn man sich mal anschaut, viele Menschen leben vielleicht erfolgreich im Äußeren, mit materiellen Dingen, Auto, Frau, Kinder, alles da, sind irgendwie Superstar, sind berühmt, haben alles, was es gibt, aber sind trotzdem nicht glücklich, bringen sich um. Diese Menschen sind für mich nicht erfolgreich im Leben, im Leben an sich. Sie sind am Leben gescheitert. Frag dich mal in einem 24-Stunden-Segment. Ein Tag deines Lebens als Kind, wie glücklich warst du? Wie viele Momente von Glück hattest du? Und wie viele Momente von Glück hast du heute an einem Tag? Wie ist die Qualität von einem Tag in deiner Kindheit gewesen und ein Tag heute? Ist die gestiegen? Kannst du sagen, dass die gestiegen ist? Oder ist die gesund? Ich würde mal sagen, bei den meisten ist die eher rapide nach unten gegangen. Und ja, manche bringen sich dann um, obwohl sie im Äußeren alles Mögliche haben. Sie sind an ihrem Leben gescheitert und waren nicht erfolgreich mit ihrem Leben, mit der Qualität vom Leben an sich. Und darum geht es mir auf dem Kanal hier. Dass du erfolgreich lebst wieder. Und dazu gibt es ganz einfache Mittel und Techniken, die kannst du anwenden, die funktionieren. Dazu musst du mich nicht mögen, dazu musst du mein Gesicht nicht mögen. Völlig egal. Wenn das Sinn für dich macht, was ich sage, dann kannst du diese Übung replizieren, kannst es machen und schaust, was sich daraus ergibt. Wie ist die Qualität gestiegen? Fühlst du dich innerhalb von 24 Stunden glücklicher als 24 Stunden vor einem Jahr? Ganz einfache Techniken, ganz einfache Methoden, ganz einfach Dinge, die man macht, machst sie und sie funktionieren. Und darum geht es hier auf dem Kanal. Wenn dich das Ganze interessiert, wenn das Ganze für dich Sinn gemacht hat, schau dir gerne noch mehr Videos an. Ansonsten verschwende deine Zeit nicht mit irgendwas, wo dir nicht weiterhilft. Und schau dir was an, wo dir wirklich was weiterbringt. Und wenn du wieder erfolgreich lebst, dann ist es egal, für was du dich entscheidest. Dann kannst du studieren, du kannst eine Ausbildung machen, mach was immer du machst. Ist mir völlig egal, was du machst, solange du glücklich bist. Und wenn du dich erstmal in den Zustand gebracht hast, dass du jeden Moment glücklich bist, egal was im Äußeren ist, dann bist du frei, dich zu entscheiden. Dann kannst du irgendwo hingehen, machst ein Studium, gehst zu der Firma, gehst dahin, völlig egal. Aber schaffst du erstmal, dass du jeden Moment deines Lebens glücklich bist und zufrieden. Und dass dich, dein Glück, nicht mehr auch unsere Dinge beeinflussen, dass du mit einem Lächeln durch den größten Sturm gehen kannst. Und das ist das, wo ich mir wünsche, dass jeder Mensch hinkommt. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich jedem, immer aufrechterhalten zu können. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.